ja da kann man das ist doch genau das was uns noch fehlt für ingloid museum redikt von thule ich hab dir so viele dinger geschickt ich glaube das haben wir noch nicht ja ja ich glaube das fehlte mir nämlich noch dann hätten wir das gesamte set glaube ich bin mir nicht sicher aber ich weiß nicht dass ihn nun ja das spielzeug war mutig haben wir das ich habe viel gekauft also ich weiß nicht ob die jetzt gerade auf dem weg schon zu dir sind oder ob sie schon alle da sind muss ich mal gleich gucken keine zeit ist ein schiff von uns aber das das hole ich erst mal ab so was haben wir denn hier siehst du guck mal drachenboot schnitzerei meine kook meiner weg was haben wir denn noch hier als eventar voll es fehlt euch euch vielen konserven konservenbüchsen altbewährtes problem ach ja das war ja die nachher ich habe noch eine schauspielerin theoretisch selbst wenn ich versuchte ihnen die bild der wind steht günstig ich wie sie hier bin den schwebezustand das ist nämlich das auch mit ach vorstuppe manövriere so weit weg und ein Museum ausstellen ist auch eine Aufgabe aber das kriegen wir hin ja gut wir sollen diesen Igluid ja der ist gleich auf dem Weg mit Luftschiff das müsste dann relativ schnell gehen Propeller drehen sich nach die gute Eiswild wenn Menschen an Hunger sterben weshalb die Nase und du kommst da auch noch dran also Kaffee ist gut aber der schnapps da drinnen Schiff vom Stapel gelaufen ein die Geteiligeseenor Kinklatsitz die Sache Obo Obo Achso ja wenn man gezielt nach diesen Kisten sucht findest du nichts und wenn er jetzt hier zufällig mal durchfliegt findest du gleich drei stück alles ganz normal ist von der überfahrt zurückgekehrt die wasserlade rade alles bereit alles breit keine belohnung eine gründliche auseinandersetzung mit dem thema man bringen ihn zu mir ja aber ich wurde mich gerade wurde wo dieser besagte herr sein soll er ist nicht auf dem luftschiff haben sie mir darüber geworfen ist ja eine questbelohnung da ist er nicht er ist bestimmt auf dem eisbrocken ja ist er auch ok was hat er gemacht irgendwas schönes hochrede hat er produziert nebenbei ich habe hier noch noch etwas für dampfwagen fabrik arbeitskräfte erforderlich minus 15 ja gut ich produziere noch keine dampf wegen mir ging es ja um die nebenproduktion der hochräder was ja ein bisschen meine hochrad fabrik entlasten würde weil wir nur so in klammern sporadisch läuft wegen der kaufschutz zur lieferung naja ok so die angriffsflotte ist vollzählig die dampf dampf angriffsflotte 20 schlafkreuzer das wollte ich denn mit dieser great eastern noch machen hier die ich da gebaut habe tja das hatte ich damit noch vor schiff vom stapel ich hab keine ahnung da komm mal zack und ab ans kap und dann fliegen wir mal bis es mir wieder einfällt ich bin zuversichtlich dass wir es jetzt haben haben was äh Krieg naja naja ist er plus minus fast 0 naja fast naja ich habe hier vor ich weiß gar nichts mehr naja ok ok der fliegt drüber ok kisten unterdeckt ok 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 so soll ich dann jetzt schon ein bisschen kanonentürme investieren irgendwo oder meinst du ja gut wenn dann in bs vielleicht ein bisschen und der neuen welt genau in der neuen welt ich schaue mir in bs an dann kannst du in die neue ich lasse es erst mal bei den zwei ehrlich gesagt erst nur um die hauptinsel schon wieder zwei anteile gekauft hat er versucht sie mal wieder okay das sieht schon mal gut aus da haben wir ja so gut wie alles gesichert oha aufgabe wie sollen wir unseren kindern die sache liegt jetzt in ihren händen jaja das auf jeden fall ein kleiner beitrag zu den plänen des herren den vogel habe ich doch schon glaube ich du sagtest wir dürfen dich jederzeit aufsuchen nicht wahr ich weiß das wirklich zu schätzen ich komme damit klar mach dir keine Sorgen er kommt damit klar keine lust mich jetzt hier um arbeitspensum krieg zieht er auf und die sorgen sich um ihr arbeitspensum frechheit und lager ist voll es kann nicht produziert werden das lager voll sein denn die tun mit ich verlange von meinen Leuten nicht mehr als von mir selbst Tag und Nacht na wenn er das sagt so okay wie ist das hier Schiff vom Stapel gelaufen Stapel tastig so im Schwebezustand da ist er ja schon ich bin gerade zufällig mal über dem dem money zeppel liegen gewesen ja er hat gerade 28 millionen eingehen gehandelt gott 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 ja die aufgabe ist ein bisschen buggy hm 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 Ach, Hugo, wenn du wüsstest. So, was fehlt uns denn noch für dieses... Set? Also, ich bin offen. Ich glaube nicht, dass wir verlustlos aus diesem Krieg rausgehen. Ich glaube auch nicht, nee. Wir kennen das ja. Da fährt auf einmal ein Schiff und da ist auf einmal was weg. Vielleicht. Spielzeug, oh Monique, das habe ich doch auch irgendwo. Zack. Wir haben einen Boni. Juhu. Aha. Was ist das für ein Boni? Was kann der so? Weiß ich nicht. Das wirkt jetzt sehr unspektakulär. Oh, warte mal. Erhöht die Attraktivität für... Oh, doch. Das ist sogar sehr gut. Aha, okay. Ich meine, wir kriegen mehr Attraktivität. 20% für alles. Ja, ja, auf jeden Fall. Allein dadurch, dass ich im Museum schon drei Wollhammer-Mammuts habe und die zum Set eingefroren gehören, kriegen wir für die schon mal 20% mehr Attraktivität. Das ist sehr gut. Oh, nice. Ich meine, haben wir jetzt eine Chance, dass sich ein Spezialist in unsere Stadt fährt von 48%. Hm. Nicht schlecht. Vielleicht gucke ich mal. Vielleicht finde ich ja noch dieses andere da. Irgendwie was soll das sein? Da fehlt uns auch noch eins. Wolfs-Welpen-Mumie. Kann man noch mal schnell einen Blick drauf werfen. Aber dafür bräuchte ich irgendein kleines Kammelschiff. Da. Kammelschiff gefunden. Es mangelt an Arbeitskraft. Das kann ja nicht sein. Oh, doch. Neue Befehle. Was fehlt denn wieder? Ja, und Arctis ist echt... Wow. Ich produziere zu wenig Schnaps. Glaubt man das? Minus 30 ist... Das gibt's nicht, ne. Das ist ja... Ein Unding. Frischheit soll dergleichen. Okay, das haben die, das haben die. Hier ist warm genug. Hier ist warm genug. Na denn. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah. Ui. Feuer. Wo sind das? Ach, in Hannover. Ach, du lieber Gott. Da brennt. Ganz schön heiß da. Und da ist auch keine Feuerwehr. Das ist doch nicht so heiß. Ich wollte ganz gern weiterwürfeln. Hast du das gebaut? Diese Schweinezucht da? Ja, klar. Das wäre in Hannover. Das musst du ja gebaut haben. Ja. Das war mein Konstrukt. Oh. Ja, guck mal. Das ist aber schön. Wild. Aber produktiv. Ich habe nichts gesagt. Das ist produktiv. Ausbrennen lassen. Ach, das ist auch schon. Na denn. Ups. Blind auch noch. Oh, Schnaps ist dann wieder ein Plus. Fisch ist ein Plus. Ich produziere zu wenig Arbeitskleidung. Ach, du. Oh, sag Gott. Wo habe ich denn die hingebastelt? Hier oben. Was? Museumsrelikte oder gewisse Items nur per Quest kriegt. Irgendwann. Das ist durchaus möglich. So, die Quest sagt immer noch, wie sollen das ausstellen? Ja, haben wir ja. Irgendwie. Inuit und ihre Kultur erfahren. Das ist ein Geschenk. Ein Museum ausstellen. Ja, haben wir. Oder wollten die jetzt ein Museum auf der Antarktis, aber das macht so ganz wenig Sinn. Das macht so viel Sinn wie ein Museum in der Antarktis. Was kriegt man da als Belohnung? Eine Mat. Na. Die kann man sich auch matig reden. Ja. Man kann die Aufgabe nicht abholen. Doch. Oh nein. So, Arbeitskleidung plus. Oh nein. Äh. Okay. Schweinskiss. Ah, halt. Erst wieder. Oh ja, dat wird lustig. Ach, ich freue mich drauf. Endlich ein bisschen Action. Ja, das stimmt. So, Tiere-Technik, da hatten wir ja auch schon einiges. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, sehr nice. So, hier vier Türme. Sollte ja ausreichen. Ich glaube jetzt nicht, dass er da so viel Militär hat in NBSA. Ja. Außerdem ist NBSA ja dann auch irgendwann aufgeräumt. Ja. Ja. Das ist der Plan. So sieht's aus. Ja. 20 Segel kriegen wir. Mensch. Ihr werdet ja immer kreativer. Oh Gott, ey. Okidoki. So Besucher, was sagen die denn eigentlich? Auch nichts Neues. Das ist sehr ärgerlich. Wo hast du das Plus? Dann kommt das Bier. Ach du Scheiße, ich produziere auch zu wenig Bier. Oh Mann. Also was heißt zu wenig Bier? Es geht, aber... Ja, äh... So, okay, gut. Das hätten wir. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Auch immer lustig, dass... Hugo's... Hugo hier so drei Schiffe immer vor deiner Insel hat. Oh, jetzt lustig. Die drei Eimer, die sind schneller weg, als er husten kann. Schau dir mal, schau dir mal die eine Insel, die er da hat, äh, im... im Cup an. Black. Die ist eigentlich komplett unbedeutend. Ja. Aber umringt von Schiffen. Ja, stimmt. Das stimmt. Linien-Schiffe, Fregatten, vier Stück, fünf... Da fährt einiges rum. Schlachtkreuzer. Schlachtkreuzer. Sechs Fregatten. Sechs Fregatten, zwei Schlachtkreuzer und zwei... Äh... ...zwei Ligenschiffe. Ja. Aber mit denen werde ich fertig. Davon gehe ich mal aus. Also wie in Willis, äh, ich bin da hingenommen, als er gucken kann. Das ist wohl wahr. Das feste Vernunft. Ich kenne ja die Flotte schon mal in diese Richtung, da. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Da gibt's noch Inseln. Immer wieder interessant, was die da bauen. Okay. Ja, jetzt weiß ich gerne, was ich noch optimieren soll. Kaffee und so, das alles auf der neuen Welt. Das läuft ja momentan ganz gut. Kann mir sagen, ob ich noch Kaffee brauche. Ich brauche Kautschuk. Kautschuk ist ein Thema, was mich beschäftigt hier. Okay, warte. Dann habe ich eine andere Idee. Um das zu lösen. Höhe stabil. Weil die Produktion war ja ausreichend, das war sie hier. Also ich habe nur 65 Tonnen hier auf Lager. Ja. Und die Hochräder, die laufen. Ruten über sie. Na, wo ist sie? Da. Kautschuk. Plus. Und annehmen. Ich würde jetzt auch mal die Konserven büxeln. Okay, dann hast du jetzt eine verdoppelte Lieferung. Theorie, die ich bald. Dann haben wir das auch. Die Kaffeeköppe. Na, apropos Kaffee. Ich habe gar keinen Kaffee zu Hause. Du musst einkaufen gehen. Ja. Ich muss erst mal ohne gehen. Bis morgen. Ohne Kaffee? Ja. Ja, ich weiß. Unvorstellbar. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, was haben wir denn hier? Ich fürchte, mein Ersuchen geht im... Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Er war ein Grog. Ein Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Das Item sah ja lustig aus. Was war da jetzt nochmal drauf? Er ist unvollendet. Na dann. Zusatzeinkommen. Ja, das heißt, wie viele Items auf dieser Insel sind. Hier ist das... Guck mal, ist auch tot. Ach, das kostet 20 Einfluss. Na gut, dann machen wir das halt. Tschüss, Einfluss. Schon ist er weg. Ja, und wir brauchen noch Einfluss für die Inseln dann zum Übernehmen. Nö. Dann geben wir Minuseinfluss. Damit habe ich kein Thema. Ah, okay. Außerdem will ich jetzt hier den Komplex hier oberhalb der Touristen... Da habe ich jetzt ein Rathaus gesetzt, das die mit Konservendosen für... Und ich will die jetzt auch zu höchstens Ingenieuren ziehen, weil wir ja einen Einfluss für Ingenieurshäuser bekommen. Stimmt. Das wären dann auch wieder ein paar Ingenieurshäuser, die mehr... Das ist wahr. Ja. Ein bisschen Einfluss.